Hallo, ich bin Mirjam und ich bin Sandra. Und wir hören heute die Ehre, dass wir den voller Tee bzw. den Clubhaus Glühweinstand aufbauen dürfen. Jetzt schauen wir mal, ob wir das herbringen. Untertitelung des ZDF, 2020 So, ich zeige mir, wir haben das jetzt richtig gemacht, oder? Ja, start mal. Es war manchmal witzig knifflig, die Teile ineinander hineinzumdrucken. Ist aber eh vorgefaltet, es gibt eh eine Anleitung ohne als Video sogar auf die Seite. Also wenn ihr so einen hertut, wenn sie sogar mir herbringen. Der letzte Schritt fehlt jetzt natürlich noch. Wir haben jetzt so einen toller Klärbau gekriegt, zeig einmal. Und zwar ist das ja nicht irgendein Glühweinstand, das ist der Clubhaus Glühweinstand. Und jetzt haben wir uns schon einen Stuhl geholt, weil wir beide jetzt klein sind, um es so hoch zu packen. Als letzter feierlicher Schritt kommt jetzt natürlich noch das Schild hoch. Wir sollen die Hitze sind, und dann wird es für die • 2-2-3-4-7-6-6-6-13-8-7-7-6-7-6-8-7-7-7-7. 5-3-6-7-8-8-7-7-8-7-9-8-7-8-7-7-8-7-9-8-7-7-8-8-7-7-8-9-8-9-7-8-7-8-7-8-7-8-8-8-7-8-8-8-8. Die Hitze sind aber nicht so weit, es ist ein Schritt um die Geschwindig. Ich weiß nicht, es ist aber auch ein großer Schritt. Untertitelung des ZDF, 2020